Hallo, hier ist Max und herzlich willkommen in der Folge. Manche freizig klingt alt. Und jetzt konnte ich, dass meine Stimme mich ausschaut, weil es ist gerade 8 Uhr bereits. Ach, ich bin mal ungestanden. Äh, gut, ich bin freizig klingt alt. Äh, ich bin nicht da hin. Okay. Ich auch, mein Lieber. Schlecht. Ich bin wirklich böse da. So, haben wir ihn. Ich war so böse, ne? Ich bin weg. Angelkitt. Viel Glück. Ja, ich bin auch auf Glück. Für diese Lavasetzer, ne? Haha, du auch. Nein, ich bin tot. Nein, halbes Herz. Ich bin tot. Ich bin tot. Ich bin tot. Ich bin tot. Oh nein, das ist gut. Hi Boah, gute Kombo Ah, ich bring dich rein Nein Ich brauch gar keine Ocean Santa fight Hab ihn Oh, wer war das denn? In der Tat, der war gut Au Ach, da oben ist er Ei Retorex YouTube Bitte auf Was ist das? aber man sieht aber gar nicht so dass so schnell ist die ganze ausgemacht aber sieht nichts so schnell und das ganze feuer und alles klar das machte ich weiß ob man sieht aber gar nicht hilfe ich habe keinen bock das ist gut sorry das muss nicht selber sein dass ich jetzt habe ich getroffen da ich muss ja sterben nein ich bin hier scheiß geht wie hier ja guck doch wie weit ich weg bin ja gut btf der sieht nicht normal aus ich guck gar nicht in den raum die hekt doch wie du willst für ich geschlagen ach der hekt die blöde tektoren die die Ehhh 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 Ja Ehhh 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 Der Hektar unnützt Alter Hör, ich fahre. Hör, ich fahre. Hör, ich fahre. Hör, ich fahre. 1 Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.